Joa, wir haben mal wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen, bloß einer ist zu wenig und warum habe ich eigentlich einen Bonus von 6%? Gute Frage, weil ich habe eigentlich, ja, was heißt eigentlich, ich habe die Standardversion von diesem tollen Spiel. Aber erst einmal, hallo da seid's und jetzt kommt's, willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ja, den einen Punkt würde ich mir ganz gerne aufsparen, ich würde ganz gerne als nächstes in der Hockey sprinten können. Und dann, unendlich sprinten können wir schon, bloß wir werden langsamer und hier könnten wir weiterhin bei vollem Tempo unterwegs sein. Und ansonsten, Gesundheitsregeneration klingt noch sehr interessant, auch hier der leise Sprint, sehr interessant, genauso wie hier dann das weitere Gesundheitsfeld. Und ansonsten, Höhlenbeere und Dachse, komisch nach dem Säbelzahntiger, die Dachse, naja, egal. Das würde ich ganz gerne als erstes angehen. Hier, das Aufdecken ist mir jetzt nicht so wichtig und genauso unwichtig ist mir im Grunde hier ein Rotblatt weniger, weil so oft stirbt unsere Bestie einfach nicht. Ja, das ist der Stand der Dinge, ich werde weiterhin sparen. Und was werden wir jetzt weiter machen? Da sind wir im Dorf, genau. Ja, ich will, wenn wir hier hochgehen sollten erstmal, müssen wir gesunder werden. Wir bräuchten eigentlich auch erstmal das Gegenrezept, ne, gegen dieses Gift. Und dann könnten wir diese schlimmen Dinger da, die schweren Gegner erledigen, mit ihren Stinkbomben an der Rüstung oder wie auch immer. Hm. Das ist die Frage, was wollen wir denn machen? Was können wir denn machen? Wir könnten wieder auf Jagd gehen. Ein Blutzahn-Mammut jagen. Erlege und setze der Schreckensherrschaft ein Ende. Zähm geht nicht, Besonderheit schädelt das Blutzahn-Mammuts. Viele Erfahrungspunkte, es ist schwer. Das wäre wieder in der Kälte. Ich will mal kurz schauen, wann gibt es denn die nächste Wölsch? Ne, doch. Winterkleidung müsste hier sein, oder? Ja. Die gibt es, wenn wir zwei Weißwolf-Fälle haben. Hm. Das ist die Frage, wo gibt es Weißwolf? Ha. Der Reißwolf. Äh, wieso darf ich? Jetzt darf ich. Also, wenn, dann eher im Schnee. Und gibt es hier auch noch Wölfe? Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist kein Tier, das ist einfach bloß Stein. Oder da oben gibt es einfach keine Tiere. Und wir müssen denen einfach zufällig begegnen. Wenn wir einfach mal wieder Wölfe sehen, halte ich mal ein Auge nach einem Weißwolf, den wir reißen wollen, auf. Hm. Tja, was machen wir nun? Utki, der Denker, erkundet die abgelegene Höhle. Wisst ihr was? Das machen wir so in etwa. Wir gehen jetzt dahin, decken hier auf. Und stoßen dann hier so rein. Machen wahrscheinlich noch dieses Leuchtfeier. So gehen wir jetzt diesen Weg. Das habe ich vor. Also. Da Wegpunkt. Und da schnell reisen. Will ich noch was ausbauen? Kurze Überlegung? Nö. Mammutfell brauchen wir für die eine Hütte. Obwohl, haben wir die nicht schon ausgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir sind wieder in diesem Ödland. Halt, ich wollte nochmal beim Lohnungslager vorbei schauen. Und da ist Feuer. Hier steckt ein Holzpfeil in der Erde. Holz bekommen wir noch. Da brauchen wir nix. Grünblätter, ja. Und vielleicht auch. Wir brauchen mehr Südstein, Leute. Südstein, Staub. Ja, immerhin besser als nix. Seltener Südstein. Vorkommensspäte. Besteht eine geringe Chance, ihn beim Sammeln von Südstein zu finden. Und Staub. Südliche Region von Oros. Meist in der Nähe von Wasser. Praktisch, dass das da steht. Da wissen unsere Leute einfach schon, wo es was gibt. Ja, haben wir jetzt letztens auch erlegt. Ein Weißjack. Also wir brauchen auf jeden Fall Blut von Oros nicht unbedingt. Da sind wir voll. Südstein. Gibt es in der südlichen Region von Oros. Also wir sind gerade auf dem Weg in den Süden, so Südosten. Vielleicht finden wir ja wieder was. Aber wir gehen erstmal los. Auf zum Fragezeichen, denn wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Was ist denn da hinten? Ach, hier ein Lager. Ach, das ist das Ding, was ich hier nicht ganz geschafft habe. Nicht ganz lautlos geschafft habe. Den ersten konnte ich mit der Eule umbringen. Und dann beim, bei der Tonknopferin bin ich dann schon gescheitert. Da gibt es wieder ein zufälliges Ereignis. Ah, na, 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 na. Moment. Hole ich uns einfach mal wieder zur Seite. Ach, einen Angriff abwehren. Gehe ich mal eben hin. Ah, jetzt ist der tot, oder was? Ah. So schnell konnte ich aber nicht hin. Bombs in dem Kopf war etwas... Ach, das ist ein Baum. Ich dachte, was ist denn das für ein dicker, fetter Gegner? Aber es ist ein Baum. Au. Jak. Habt ihr das gesehen? In der Luft herumgeschleudert, weil Tigri sich im Jack verfangen hat. Das sah cool aus. Geile Aktion, Junge. Du bist ein feiner Bursche. Und du knabberst Uda. Warum nicht am Jack? Du kleiner Menschenfresser am Kopf. Er will ihn bloß putzen. Okay, beim Putzen fließt auch ab und zu mal Blut. Ja, eigentlich wollte ich das unserer Leute überleben, aber es war mal wieder etwas anders. Da ist einer. Moment, hier gibt es was zum Sammeln. Da gibt es einen Höhlenlöwen. Und der Höhlenlöwe macht sich gerade über einen Udam her. Aber das sind meine Erfahrungspunkte. Sammle dir deine eigenen. Da oben steht noch einer. Erstmal nur den Schwarzstein mitnehmen. Das war jetzt Zeitlupenwurf, oder? Das sah so aus. Da ist ein Wenger. Dem wollen wir helfen. Hier, mach mal. Da bekommen wir auch Erfahrungspunkte für. Ich stelle mich mal vor ihm. Ach, er hat schon. Ach, da sind ja noch mehr. Wo ist jetzt mein Speer da? Der steckt noch in der Luft. Was ist denn hier los? Was steht denn hier rum? Können wir das kaputt machen? Aua. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist das der gleiche von gerade eben? Was ist denn scheiße hier? Der Dreck auf Stelzen. Der ist von den Udam. Mag ich nicht. Sieht ja auch scheiße aus. Oh Gott, die schönen Bäumchen. Warum habt ihr das noch nicht kaputt gemacht? Ach, ihr wolltet uns den Spaß lassen. Kann ich verstehen. Ne, was ist das? Hau ab. Da ist wieder einer. Ein Stinke-Udam. Na gut, die stinken alle. Ah, was? Warum? Warum gestorben? Tegri? Hat er sich wieder mit einem Mammutarm gelegt? Ja. Na toll. Jetzt werden die auf uns aufmerksam, oder wie? Oh, Tegri. Du bist so ein doofes Tier manchmal. Wir wollen bloß unseren ausgebüxten abholen. Kein Grund zur Aggressivität. Oh nein. Lass uns mal in Ruhe dahin gehen. Wir brauchen noch Mammutfälle. Glaube ich. Das sind so viele. Das sind drei an der Zahl. Wenn, dann müssten wir eins isolieren. Komm mal ein Stück zurück. Oh, das war aber ein kleines Stück. Und das ist, ja, aktuell etwas komisch. Der Pfeil, der Speer, hängt schon beim Udam so komisch. Und das Stück Fleisch hing jetzt auch etwas komisch in der Luft. Naja, Mammuts jagen wir jetzt mal nicht. Habe ich mir gerade so überlegt. Wir wollen mal weiterkommen. Ah, da wollte ich auch noch hin. Aber ist gerade gar nicht auf dem Weg. Dann machen wir je diese drei Fragezeichen. Heute ist wieder so ein schöner Tag in Oros. Und hier hinten kommt auch wieder etwas grün ins Spiel. Können wir noch herstellen? Ja. Mach ich mal eben, damit wir ein neues aufsammeln können. Ich sammle ja so gerne. Hier können wir doch hochreddern. Ein leises Klönk. Tut mir leid, Kumpel. Du musst woanders hoch. Meiner. Was gibt es hier? Südstein. Aber leider kein seltener Südstein. Dann weiß ich, wo ich wieder darauf achten werde. Nämlich auf die Einblendung da in der Mitte. Ob seltener Südstein, ja oder nein. Aber. Was ist das? Genau deswegen. Wo ist denn mein Blut fangen? Komm doch mal her. Das ist Schwarzstein. Aus dem Norden. Oh, hier gibt es wieder Mammuts. Das Problem ist, diesen Mittler war auch sogar zu viert. Nee. Das lass mal sein. Schön mitkommen. Bleib uns direkt auf den Felsen. Felsen. Fersen. Ein Wenger. Deswegen rufe ich gerade so auf, damit er gar nicht auf die Idee kommt, die Mammuts anzugreifen. Südstein. Wir haben ja die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir beim Sammeln die seltenen Dinger auch finden. Das war ja bei Saila damals. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Heuten vielleicht. Das müssten wir schon haben, ne? Finden sie beim Sammeln mehr Holzstücke? Enttültz. Holz. Ja genau, hier. Erhöht die Chance, seltenes Zeit zu finden. Bist du jetzt geforzt? Du Schlingel. Du bekommst jetzt keinen. Doch, genau deswegen bekommst du eine Streichleinheit. Müsst du hin. Hä? Bist du runtergerutscht? Wenn du nicht gestreichelt werden willst, dann nicht. Hier gibt's wieder Nordschwarzstein. Da, da, schreckst du dich, hä? Ein Säbelzahn. Das ist doch kein Sackwee, das ist ein Tegri. Bist ihr doof? Was sammelt ihr denn hier? Südachon. Ne, Nordzähler ist das hier. Komisch, hier im Süden sammeln wir Nordzähler. Hm, hier ist Südstein, oder? Ja. Zweimal? Jawohl, seltener Südstein. Ich geh erstmal da hoch und dann zum Feuer. Windja. Schützen. Ach, da oben gleich. Dann gehen wir mal dahin. Da gibt's wieder Erfahrungspunkte. Hallo, Juck. Oh, hallo Jucks. Lasst uns in Ruhe, wir haben nämlich was zu tun. Vier Leute, wir sollen sie beschützen. Machen wir gut. Denn das ist auch der Ort. Aha. Da oben wird Verstärkung gerufen. Ich geh da hin, ich mach sie platt. Die blöden U-Damm. Ich will hier hoch. Alles halt U-Damm. Entscheide ich. Stehenbleiben, genau. Kommt doch noch einer runter. Hinter uns ist jemand. Ich klette erstmal hoch und gebe... Nein. Das sind so viele. Ich bleib unten. So, was willst du machen? Sterben, finde ich. Super. Gute Idee. Blutfangen, da hinten bitte. Wir machen hier platt. Ja, muss ich... Ah. Jetzt habe ich aber ganz klar daneben geschossen. Also, hier ist immer noch irgendwas wie eine automatische Zielhilfe drin. Das finde ich ja blöd. Klar, mir jetzt ist zwar geholfen, da jemanden zu treffen. Jetzt haben wir irgendwas Seltenes wieder aufgesammelt. Aber ich finde es blöd, dass mir das so abgenommen wird. Schade. Moment, so, oder? Nein. Oh, mit dem Speer. Komme ich meinen Speer jetzt noch wieder? Seid ihr jetzt glücklich? Seid ihr beschützt? Guckt nicht so wie so ein Stein. Da kommt wer. So, ich stehe auf meinem Stein und warte bis... Ah, Isila kommt auch noch. Nee. Bogenschützin bitte. Nein, du musst dir nichts schleudern. Hä, wo ging der Speer? Ging der in die Bogenschützin? Könnte sein, ne? Da kommt noch wer. Erstmal ein weiterer Speer. Südstein. Ach, das war ein Blatt. Näh. Ach, da ist noch was. Die spawnen hier, oder was? Was? Wieso hat denn jetzt der Takedown nicht geklappt? Das ist der Takedown. Turm ist ins Ohr. Schade. Habe ich mich jetzt schon drauf eingestellt, als ich eben die Anzeige gesehen habe? Mann. Oh, du siehst wieder aus, ey. Aber er geht eben auch gerne hart zur Sache. Deswegen sieht er so aus, wie er eben so aussieht. Unser Blutfang. Ich will ja, dass keiner stirbt. Ich will, dass keiner stirbt. Hinten kommen auch noch zwei an. Ich sehe da niemanden. Da ist auch nichts mehr. Näh, lass mich doch mal durch. Da, mach mal. Das war jetzt vorbei und das wurde auch so gewertet. Ich will nochmal Takedownen. Oder so. Hast du noch einen Speer für mich? Hast du einen? Jep. Du hast, glaube ich, auch einen. Was hier alles so rumliegt. Die sind immer noch nicht beschützt. Au, das war das Ohr. Getreffer. Da kommen neue. Ach, schaffe ich nicht. Bin abgerutscht. Der hat die Keule dabei. Nützt ihm nichts. Jawohl. Verblendern. Habe ich schon. Und vier Dorfbewohner. Oder wie? Oder was? Schade. 918. 93 Dorfbewohner haben wir mittlerweile. Ja, 400 geht. Dann weiter, weiter, weiter. Wir wollten da hingenommen. Und wie viele Fähigkeiten haben wir? Drei? Nein, einer bloß. Schade. Wir brauchen zwei und dann später. Ja, was ist mir denn wichtiger? Ich glaube, die schnellere Gesundheitsregeneration. Also insgesamt fünf nächste Punkte, die ich schon gedanklich verplant habe. Und halt, Handwerk. Südstein haben wir doch her. Haben wir doch gesammelt. Genau. Entweder den Speer verbessern mit dem seltenen Südstein oder eben die Keule. Was benutze ich öfter? Den Speer. Maximal ausgebaut. Nein. Krass, der geht immer noch weiter. Seltener Südstein und Südstein-Staub. Also weiterhin Südstein sammeln. Oh, sechs Schaden. Sieben Haltbarkeit und sechs Geschick. Uiuiuiuiui. Ja, und dann noch weiter der Speer. Und als nächstes dann die Keule. Boah, der sieht ja cool aus. Mit wieder Hakenstein. Oben ist das. Ich brauche aber auch mehr zum Mitnehmen. Also ich muss meine Taschen noch verbessern, wenn es denn noch geht. Ich gehe schon wieder hier rein. Geht das denn noch, Karush? Ging das hier? Moment. Sperrgürtel. Wild. Äh, Wollnasshornhaut. Okay. Wo gibt es denn hier die Wollnasshorn? Dann muss ich einfach mal demnächst mal schauen. Mache ich nicht jetzt. Wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Folge. Vielleicht zum nächsten Aufnahmesession. Das werde ich aber mal sehen. Weil Sperre benutze ich hier noch mit am meisten. Unter uns ist wieder was. Davon will ich aber gerade nichts wissen. Oh, ich... Ach ne, lass da halt ab. Bleib schön hier und versperr uns nicht den Weg. Brennender Sperrfeuer. Müsste das nicht brennendes Sperrfeuer heißen? Also einer ist da rot markiert. Drei. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Ist klar. Isila. Hat unser Säbelzahntiger schon... ...genug Lärm gemacht, dass die auf uns aufmerksam wurden? Weil die eine Tosse hat ja gerufen. Ah, nein. Halt. Das muss sein. 108 Erfahrungspunkte. Da ist wieder jemand. Die Verstärkung kommt. Ich will anspringen. Ich springe das... Nicht Mädel an. Das war ein Typ. Ich springe keine Typen an. Das war ein Typ. Gut, ich habe ihn angesprungen. Aber zu einem guten Zweck. Ja, die sollen ruhig mehr rufen. Weil dann darf ich einen Verhör umbringen. Fein hast du es gemacht. Tigre. Moment. Du bekommst... Wir haben ja immer genug Fleisch dabei. Und wenn nicht, dann holen wir was aus unserem Lager. So, ist hier irgendwo Feuer an? Oder muss ich Tierfett verschwenden? Ach Gott. Aber wir haben es ja dicke. Wir sammeln ja immer fleißig und genug. Und deswegen müssen wir uns da eigentlich eher weniger Gedanken machen. Außer eben die seltenen Rohstoffe. Wie zum Beispiel Südstein. Jetzt wissen wir, wo es das gibt. Und dann eben... ...die seltenen Fälle. Oder was eben nicht noch sonst. Dass sich nicht noch sonst vor uns versteckt. Diese krummen Zahlen. 96 Dorfbewohner. Fein. Belohnungslager. Ich finde es aber auch schade, dass man da nichts ablegen kann. Weil ich habe meistens mehr mit, als die im Lager haben. Von dem gewöhnlichen Bienenschwarm. Da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Setze ich aber auch relativ wenig ein. Deswegen wäre es eigentlich schöner, wenn wir was reinlegen könnten. Not-Schwarzstein haben wir mittlerweile auch. Mehr als genug dabei. Ach, hier werden Feuer gewesen. Naja. Wir haben eh genug Tierfett. Genau. Tierfett. Also. Nächste Folge. Habe ich wieder einen Plan. Wir sammeln weiter Erfahrungspunkte. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao, tschüss.